hallo leute und heute haben wir wieder eine adventure map eine feinte button map ich habe mir noch nichts weiteres angeschaut dort diesmal ausgesucht ich würde sagen wir starten okay ich drücke ich schaue ich habe ich auch okay man kann weizen zu stellen ich weiß nicht mehr button gibt ich habe ihn durch gefunden aber ich komme nicht rein wir müssen euch irgendwie in die scheune reinkommen müde meine ich das muss der müde sein fragt mich bitte nicht wie wie gesagt so eine nice idee das als hühnernest zu nehmen hier die hier sind weil du hast es und nach hinten gegangen das sah so aus als wäre es halt eben hier normal also alles hat bis zum normal ist und das soll weil das weil alles andere war halt so genäßt das war das einzige so nicht nach was wegen dachte ich mir das sah schon so aus ne mine ich frage ist das war der button in der mühle ist dann wahrscheinlich fake button also arbeitet anscheinend ist gerne mit fake buttons ich finde das folge diese ketten so genutzt hat das ist geil aus der job man prof dodo ist am start du hast auf jeden fall was entdeckt ich denke ich habe glaube ich was am nether ist vielleicht nicht so gute idee oder wo ist die wasser hier hinten was da hinten hey du bist illegal du bist illegal verpiss dich oh du schenkst du ne nö oh schade ich wollte ja eigentlich bläsen vor dir dass du mit der effect hast okay das war zu überlegen haben wir einen braustand und hinten das wasser können wir vielleicht irgendwie fire resistance portion machen bräuchte man auch glas magma green das vielleicht irgendwie in der lava und sind so es hat er hat ja alles aus der weg gebaut das heißt er button wenn er nicht hinter der labe ist oder so müsste auffallen ja schon aber irgendwie auch wieder nicht meine meinung hier ist was ja definitiv aber fluss irgendwie ja ich jetzt was hier ist ein button lavawasserfall sozusagen wonderland irgend so ein pilze es ist dieses es ist dieses purple scheiße ist es ist das ich kann ich kenne es nicht okay das vielleicht ein mond oder so das sonn ist ein button da ist wieder so ein fake button ja gut also dafür da finde ich den tipp gut sprung als ob wir jetzt wirklich so ein es ist das ist schlechtes level design sorry das beispiel jeden pilz da unten ein block wer aber das ist einfach schlechtes level design hier kann ich nicht springt ich wollte gerade sagen das war wohl die hat mich und der shops mal wieder ja ich sehe den button auch schon dass sie auf der wolke dann drauf da hinten noch ein button auf der wolke ja genau denn ich hoffe das ist ein bisschen besser dass das level gerade eben war absoluter schrott schaufel weinen da obsidian also jetzt wirklich möchte dass wir weinen ob sie sie an abbauen keiner der man schutz hake dann fähig mit dem trickler und springen das ein haus hey roto du hast du hast es geschafft hat man das jetzt wieder ein bisschen parkour von uns also das ist einfach nur hey goldie kannst du mal wieder runter gehen goldie das war es jetzt also so die ersten beiden level waren die ersten drei der will man richtig gut aber jetzt zwei das ist einfach kein gutes game design da sind wir sonst glaube ich einige auch dodo einfach das einfach bleiben die park einfach auch keiner das sehen uns zum nächsten video